Mit der gesellschaftlichen Entwicklung der Menschheit hat die Nutzung der Umwelt immer umfangreichere Formen angenommen. Auch vor Fließgewässern hat diese Nutzung nicht halt gemacht. Wandert man heute an Bächen entlang, findet man oft Querbauwerke der unterschiedlichsten Typen und Formen. Meist sind das Sohlstufen, Wehre oder steile Rampen, die dem Hochwasserschutz oder dem Geschieberückhalt dienen. Für viele Wasserorganismen, insbesondere Fische, stellen Querbauwerke oft unüberwindliche Hindernisse dar, die die natürliche Wanderung in ihrem Heimatgewässer unterbinden. Die Sanierung der desolaten Leitenbachrampe im Gewässerbezirk Christkirchen, die für aufheizwandernde Fische unüberwindlich ist, war der Anlass, neue Lösungen zur Eignung technischer Bauwerke für die Fischbasierbarkeit zu entwickeln. In enger Kooperation mit dem Bundesamt für Wasserwirtschaft, dem Institut für Gewässerökologie in Schafling und dem Institut für Wasserbau in Wien, dem Gewässerbezirk Christkirchen, der Gemeinde Kemmarten am Inbach und der für den Leitenbach zuständigen Wassergenossenschaft, initiierte die Unterabteilung Schutzwasserwirtschaft und Hydrographie das Projekt Modellversuch aufgelöste Rampen zur Untersuchung der Stabilität dieser speziellen Bauwerke und den Bedingungen der Fischwanderung, wie von der Wasserrahmenrichtlinie der EU und dem österreichischen Wasserrecht gefordert. Um eine neue Rampe zu planen, müssen vor allem die Bedürfnisse der Fische der jeweiligen Fischregion berücksichtigt werden. Auf diese Bedürfnisse ist das ökologische Design der Rampe auszulegen. Geometrie und Fließgeschwindigkeit werden auf die Ansprüche der betroffenen Fischarten bei der Wanderung abgestimmt. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass sich dieses ökologische Design in Planung und Bau wiederfindet. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Bauwerk erfordert handwerkliches Geschick und das Feingefühl des Bauteams. Auch die Bauroutine und das Wissen um geforderte ökologische Ansprüche sind bei der Errichtung von aufgelösten Rampen förderlich. Die Rampe wird ohne Verwendung künstlich hergestellter Rohstoffe wie Beton oder ähnliches gebaut. Das Gewicht der Steine ist dabei ein wichtiges Stabilitätskriterium. Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme eines neuen Bauwerkes kommt es erneut zu einer Elektrobefischung, um dabei Veränderungen der Fischfauna im Bereich des Bauwerkes zu dokumentieren. Fische aus den Rampen und aus mehreren Referenzstellen werden unterschiedlich markiert, um weitere Erkenntnisse über die Basierbarkeit auf der Rampe zu erhalten. Um den Weg der Fische beim Durchwandern der Rampe zu verfolgen, werden sogenannte Floating Tags, also gut sichtbare, die Fische kaum störende Schwimmkörper befestigt. Auf diese Weise kann der von den verschiedenen Fischen frei gewählte Weg durch die einzelnen Rampenbecken und vor allem die unterschiedlich stark durchströmten Pfaus gut nachvollzogen werden. Vielen Dank. Vielen Dank.